Lifehite – immer eine Idee besser Mit dem neuen Super-Akkukehrer PowerDelta für die schnelle Reinigung zwischendurch. Der Lifehite PowerDelta reinigt fast so gründlich wie ein Staubsauger. Ohne Bücken, ohne Kabel. Seine einzigartigen Kehrbürsten mit der Supra-Technologie kehren jeden Boden nicht nur gründlich, sondern auch extrem schonend. Mit den täglichen kleinen oder großen Malheurs nimmt er es spielend auf. Seine intelligente Delta-Dreiecksform und seine zusätzliche Eckenbürste lassen Schmutz und Staub selbst in Ecken oder an Rändern keine Chance. Durch sein extrem flaches Gehäuse und sein rundum bewegliches Gelenk kommt der PowerDelta unter Schränke und Betten. Auch für Treppen – ideal. Die Schmutzentleerung ist super einfach. Nach dem Aufladen beträgt die Akkulaufzeit ca. eine Stunde. Der neue Lifehite Super-Akkukehrer PowerDelta. Fast so gründlich wie ein Staubsauger. Nur ohne Kabel und viel leichter. Jetzt in edlem Silber. Lifehite – immer eine Idee besser.